Opel Astra Biturbo. Außen kompakt mit Sportbereifung, einer markanten Front und mächtig viel Motorpower. Die Biturbo Dieselmaschine mit 2 Litern Hubraum leistet 195 PS. Von 0 auf 100 schafft er den Sprint in 8,4 Sekunden. Die Spitze liegt bei 226 Stundenkilometern. Trotzdem ist ein Verbrauch von etwas mehr als 5 Litern auf 100 Kilometer möglich. Zu haben ist der Astra Biturbo ab 29.190 Euro.